Robin und Thomas, ihr habt mit euren Looks so viele Facetten von euch gezeigt. Warum ist euch das so wichtig? Ich glaube, worum es vielleicht auch nochmal geht, ist, dass wir in anderen Staffeln ja natürlich viele Männer in Anzügen gesehen haben. Aber ich glaube auch gerade bei Thomas und mir ist das ja nochmal ein Stil, der vielleicht ein bisschen anders ist. Dass wir aber auch den Leuten da draußen zeigen, dass das auch Teil davon ist und dass das nicht unbedingt bedeutet. Weil ich habe jetzt, seitdem die Staffel ausgestrahlt wurde, sehr viel mit Leuten zu tun gehabt, die denken, oh, ist der vielleicht transsexuell? Warum trägt er denn Frauenklamotten? Und das ist aber auch ein Statement, ist zu sagen, ich fühle mich in meiner Männlichkeit so sicher, dass ich in einem BH hier sitzen kann und trotzdem damit ganz fein bin und dass das alles gut so ist. Oh, das sieht so schön aus. Danke dir. So, jeder sollte das Recht haben, alles zu tragen, was er möchte, ohne dass irgendwas hinterfragt wird. Wir ziehen das an, weil es kein Gender hat. Das ist ein Stück Stoff. Da steht nicht dran Mann, Frau. Und ich finde einfach, jeder sollte tragen, was er will. Und wenn er sich drin wohlfühlt, mach es einfach. Und das ist so, was ich und wir, glaube ich, damit auch vermitteln. Sehr gut. Bitte weiter so. Lasst euch das von nichts und niemandem nehmen. Macht ihr eh nicht. Es ist eh zu spät. Es ist eh zu spät. Ganz ehrlich, der Zug, der geht nicht mehr. Der Zug ist abgefahren, du.